Geflutete Tagebaue bestimmen das Bild der Lausitzer Landschaft. Die vollgelaufenen Seen sollten eigentlich ein Paradies für Wassersportler und Angler werden, eine Naherholungslandschaft eben. Leider ist das, was momentan in den Baggerlöchern steht, eher verdünnte Säure als Wasser eines Badesees. Jahrmillionen haben hier Eisen und Schwefelmineralien in der Erde geruht. Vom Bagger ans Licht geholt, bilden sie bei der Berührung mit Wassersäure, die fast jedes Leben unmöglich macht. Doch es naht Rettung. Biologen vom Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle fanden jetzt eine Methode, wie sie die sauren Seen neutralisieren können. Sie haben einfach der Natur auf die Finger geschaut und den Versauerungsprozess der Seen genau untersucht. Der für die Versauerung verantwortliche Übeltäter ist das Schwefeleisenpyrid oder Narkasid und die Bakterien aus dem Kippenmaterial der Gruben. Der Pyrid oxidiert beim Zusammentreffen mit dem Luftsauerstoff aus dem Abraummaterial und bildet Schwefelsäure. Das dadurch gelöste Eisen reagiert mit den Wassermolekülen im Tagebausee zu Eisenhydroxid, welches im Sediment ausfällt. Die dabei frei werdenden H-Plus-Protonen setzen den Versauerungsprozess fort, bis der See stark versauert ist. Eisen- und Sulfidoxidierende Bakterien beschleunigen diesen Prozess ums Millionenfache. Das Ziel der Wissenschaftler des UFZ war es nun, genau diesen Prozess wieder umzudrehen. Dazu nutzten sie andere noch in den Seen vorhandene Lebewesen, Eisen- und Sulfatreduzierende Bakterien. Sie wandeln die sauren Sulfate und Eisenoxide wieder in ungefährlichen Pyrid um. Leider verweigern die Bakterien bei den extrem niedrigen pH-Werten der Seen die Arbeit. Für Stoffwechsel und Vermehrung brauchen sie organische Substanz. Hier hackten die Gewässerkundler ein. Im Labor fütterten sie die Bakterien mit verschiedenen Nährstoffen. Als geeignete Kohlenstoffquelle erwies sich eine Mischung aus Stroh und Karbokalk. Die damit versorgten Bakterien neutralisierten das Wasser in den Versuchsgefäßen vollständig. Nach den Laborversuchen werden die Substanzen dann im Freiland angewendet. Dabei geht es für die Wissenschaftler nicht nur um Kopfarbeit, sie müssen auch körperlich kräftig zupacken. Ich schuppe hier Karbokalk in eine Kiste. Dieser sogenannte Karbokalk ist ein Abfallprodukt aus der Zuckerrübenindustrie. Das dient den Bakterien im See dazu, ihre Stoffwechseltätigkeit anzuregen und sich zu vermehren. Die Forscher verschiffen den Karbokalk auf Flößen, gleich kistenweise. In der Seemitte angekommen, wird er in Schlauchboote verladen. Dann verstreuen die Biologen ihn in sogenannte Enclosures, Käfige aus Folie, die fest im Seeboden verankert sind. In den Enclosures wird die organische Substanz schon sehnlichst erwartet. Von den hungrigen Sulfat- und Eisenreduzierenden Bakterien im Sedimentboden. Die Sulfatreduzierer verspeisen das Sulfat und die sauren H-Plus-Protonen und scheiden daraus Schwefelwasserstoff aus. Parallel dazu werden auch die Eisenreduzierer tätig. Mittels Karbokalk und H-Plus-Protonen reduzieren sie das dreifach positiv geladene Eisen zu Fe2+. Das freie Eisen reagiert mit dem von den Sulfatreduzierern ausgeschiedenen Schwefelwasserstoff zu FeS und schließlich zu Pyrid. Durch die Ausfällung von Pyrid im Boden des Enclosures werden dem Wasser Sulfat und Säure entzogen. So erreicht es schrittweise wieder den neutralen Zustand. Die Enclosures sind die Vorstufe vor dem großen Ziel der Gewässerforscher, die Sanierung eines kompletten Sees. Dass auch unter Wasser nichts schief geht, überwachen Taucher. Denn für überprüfbare Ergebnisse ist es wichtig, dass sich das Wasser in den Käfigen nicht mit dem Seewasser vermischt. Nachdem sich der Karbokalk gesetzt hat, werden Strohballen auf die Oberfläche der Enclosures gebracht und ordentlich festgezurrt. Gegen den Wind. Noch liegen sie oben, von Eisenplatten beschwert, damit sie schneller sinken. In einer Woche werden sie auf dem Seeboden angelangt sein und die Fresslust der Bakterien anregen. In den Experimentierkäfigen nebenan läuft schon seit drei Jahren ein Kleinversuch nach der gleichen Methode. Zum Vergleich stechen die Seenforscher zwei Bodensäulen aus. Das Sediment am Grund der behandelten Kleinbecken ist tiefschwarz. Hier waren die Bakterien schon aktiv. Im unbehandelten Sediment aus den Tiefen des Sees ist die Bodenschicht noch braun, vom Eisen. Die Messungen der unterschiedlichen Profilsäulen bringen den Beweis. Im braunen, unbehandelten Schlamm liegt der pH-Wert noch unter drei. So sauer wie das Wasser selbst. Im schwarzen, behandelten Sediment klettert der Anzeiger weit über die sechs. Die kleinen Helfer der Wassersanierer haben die Brühe schon fast neutralisiert. Das UFZ überwacht den Großversuch regelmäßig. Läuft alles nach Plan, soll demnächst ein gesamter See saniert werden. Ist er einmal im Gleichgewicht, wachsen auch wieder Algen, die ihn nachhaltig in diesem Zustand erhalten. Die Wissenschaftler gehen von einer Sanierungsdauer von acht Jahren für einen großen See aus. Damit wäre auch ein anderes Problem gelöst. Einige saure Seen haben Abflüsse in die Schwarze Elster und die Spree. Mit der Sanierung der Seen wären dann auch diese Flüsse nicht mehr gefährdet. Doch das ist nicht alles. Die Tagebausanierer blicken noch weiter in die Zukunft. Ich denke, dass auch auf nationaler Ebene und internationaler Ebene dieses Projekt hier doch von Interesse ist und auch begleitet wird. Denn die Versauerung von Tagebauseen ist nicht nur ein deutsches Problem. Auch die USA, Kanada und die ehemaligen Ostblockstaaten haben damit zu kämpfen. Die benachbarten Polen haben schon Interesse an dem vom UFZ entwickelten Verfahren angemeldet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017